glück auf ihr lieben heute kommen wir zum dritten buch schwingung des kosmos hier geht es um einige schöne sachen geht aber bei dem dritten buch mehr ins detail da sind auch berechnungen angesagt ich werde nicht zu sehr ins mathematische detail gehen einfach weil es sonst den rahmen dieser videos sprengt wird aber super interessant an dieser stelle möchte ich aber erstmal allen kommentaren und zuschriften danken waren sehr sehr nette worte dabei ich hoffe dass die videos jeden einen denkaus anstoß geben und freue mich über die über den wachstum des kanals dass doch so viele daran interessiert sind auch an diese serie schwingung des kosmos da ist immer ein thema ist so viele diese kognitive dissonanz verspüren denn wir sind das ganze leben lang in einer bestimmten art und weise gelehrt und aufgewachsen wurden ja daher ist es schön dass so viele hier teilnehmen und wie gesagt vielen 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 lieben dank an die vielen zuschriften ja springen wir ins buch 3 hinein mit einer zusammenfassung des ersten und zweiten zweiten buches ich versuche es kurz zu halten aber es waren viele informationen dabei daher lese ich das hier vor beziehungsweise übersetze ich das für euch und ja fangen wir mit dem mond an der mond ist ein plasma phänomen das im ätherischen feld über uns stattfindet der mond ist halb ätherisch und zeigt uns das materielle fällt unten drunter was sozusagen unsere erde ist auf der der wir leben wenn man den mond ja spiegelt dann ergibt sich das abbild der erde das hat mit dem winkel zu tun mit dem dass er halb ätherische feld da entsteht die wassermassen und energie punkte der erde sind zu erkennen da sie als fluoreszierendes abbild im äther entstehen weiße stellen auf dem mond ist der punkt wo man das erkennt ja die landmassen sind dunkel zumindest in der nacht und am tag sind sie ja so bläulich durchsichtig am tag das seht ihr selber manchmal wenn der mond am tag zu sehen ist sowieso durch löchert und man sieht das blau durch ja kann jeder selber die beobachtung machen und der mond ist öfters mal zu sehen die weltkarte die ozeankarte und auch der weltatlas wird so auf dem mond wiedergegeben quasi kreiert die schwarze sonne und die bewegung der schwarzen sonne ist verantwortlich für die entstehung des mondes und der sonne die sonne selber ist positive energie elektromagnetische energie und der mond ist negative energie die sonne ist genauso groß wie der mond und sie sind ja linsengleichen linse das zentrum dieser linse ist aber nicht in der mitte dieser abbildung ja sternkreis auf dem wenn man die sternkreise auf den mond überträgt dann ist der notpol genau an demselben punkt wo auch auf der weltkarte zu sehen ist die daraus ergibt sich dass die sterne genau über den energie punkten der erde sind quasi die energie punkte der erde wiedergeben sie pyramiden die geben den gürtel des orion wieder und zwar genau dort auf der erde wo sie am himmel beziehungsweise auf der mondkarte auch zu sein haben dann haben wir gelernt die welt ist größer als uns das erzählt wird beziehungsweise als wir das wissen stichpunkt die verbotenen kontinente sehr interessant mit lemuria hyperborea und so weiter und so fort das zentrum der sternzeichen und der notpol bewegen sich auch im kreis und schließen den kreis aller 26.000 jahre die zahl kann man sich kann mal im kopf behalten gibt es in einigen schriften auch diese zahl macht auch hier wieder sehr viel sinn die verbotenen kontinente haben auch eigene klimazonen manche sind bewohnbar manche nicht siehe wenn man so will den den eisrand der uns umgibt ja der ist halt nicht wirklich bewohnbar aber dahinter haben wir wieder andere klimazonen das werden wir dann auch im buch 3 noch ein bisschen genauer behandeln ja diese klimazonen ändern sich mit mit ja denn innerhalb der 26.000 jahre umrundung ja der magnetischen noten zieht die großklimazonen mit sich also wenn wir hier von den klimazonen reden dann reden wir von den großklimazonen ich glaube wir sind gerade in einer oder haben eine sommerklimazonen erreicht deswegen wird es wahrscheinlich auch immer wärmer mit der zeit aber das wird sich auch wieder ändern so ist einfach dieser 26.000 jahre zyklus und so lange gibt es keine wettaufzeichnung aber das ist ein anderes thema dann kommen wir zum tageslicht das tageslicht passiert in dem durch das elektromagnetische feld der sonne die sonne ist auch eine art pilot licht haupt licht ja diese sonne gibt den edelgasen energie und dadurch floristieren diese edelgase und daher wird dieses tageslicht kreiert was dann man kann sich das vorstellen wie so ein schirm ihr habt dann die die mitte des schirms das ist die sonne das pilot licht und dann wie so ein bogen links und rechts nach allen seiten runter hat man dann so ein schirm der das licht kreiert ja das heißt wenn man zu weit weg ist nicht mehr in diesem schirm steht dann ist es schwer dieses licht wahrzunehmen dann kommen wir zu den mondphasen die mondphasen sind immer abhängig von dem ort wo mond und sonne gerade sind bei ihrer bewegung ja der der sich verändernde winkel des appels der schwarzen sonne wir haben gelernt die schwarze sonne ist unter der erde und ergibt konus artig das negativ bild mond und das positiv bild oder positiv energie bild sonne und das sind dann gewisse konus artige reflektionen beziehungsweise strahlung und wenn die sich überlagern so kommen dann die mondphasen zustande da die positiven energie der sonne stärker ist als die negativ energie des mondes haben wir auch in vielen mythologischen schriften oder im spirituellen das positive ist immer stärker als das negative licht ist immer stärker als die dunkelheit ja der der verändernde winkel dieses abbilds der schwarze sonne ergibt dann auch die mondphasen weil es einfach überlagert wird und ja dass das limit der kosmischen energie ist da zu sehen ja wenn die zwei konus artigen brechungen nahe einander sind überlagert die positiven energie der sonne die negativ energie des mondes dann haben wir gelernt planeten planeten sind ringförmige ätherische felder der eine in dem anderen also one inside the other das ist zu erkennen natürlich wie der erde mond als bestes beispiel man kennt die erde im mond den mond erkennt man im höheren ätherischen feld und so kann man auch die sieben begrenzungen die in vielen mythologischen schriften auch eine rolle spielen kann man dadurch erkennen indem man einfach nach oben zählt ja denn jedes feld ist als tattoo als tattoo als eine art druck im höheren feld zu sehen und so erkennen wir die sieben begrenzungen dann haben wir natürlich noch die sterne die sterne reflektieren die großen tiefen und natürlich die energie felder der erde und zwar in dem ätherischen feld oben drüber beziehungsweise in der in der begrenzung in einer niedrigfrequenten art und weise ja dieses materialistische ringförmige feld rotiert dann auch und der mond ist daher eine art live kompass die man sozusagen nutzen kann in allen in allen phasen wenn man die die achse und die phasen des mondes auch ja bedenkt so viel zusammenfassung ist wie gesagt zwei bücher ganz knapp kurz zusammengefasst ich würde vielleicht empfehlen nach dieser zusammenfassung noch mal in die in die in den ersten und zweiten teil hinein zu schauen dann ergibt sich dann wieder auch ein besseres bild vielleicht könnt ihr auch dieses bild hier ich lass es mal drin könnt ihr als bildschirmfoto abfotografieren und dann noch mal teil 1 teil 2 damit durchgehen für alle die die ja eigentlich verstehen ansonsten schaue ich mal ob ich noch eine grobe zusammenfassung mit eigenen worten machen werde als letztes abschluss video das werden wir sehen ja hier sind wir ja sehen wir wie man natürlich die 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 karte erstellt man muss die achsen einzeichnen der not ist natürlich wichtig x und y achse man muss es dann auch den äquator dann einzeichnen das sind so die verschiedenen sachen und so kann man auch die die ozeane finden also so hat dieser buchautor war seine herangehensweise um die karte halt festzustellen und wie man sehen afrika rasien australien hier ist der äquator das ergibt schon ein sehr schönes bild und wer noch die gliesen map im kopf hat der wird auch sehen dass das sehr gut hinhaut und dann haben wir den notpol der ein bisschen versetzt ist erkennt man auch an der stern konstellations ring oder am stern konstellations ring ist auch verschoben und der ist ja nachzuprüfen mit den sternbildern ergibt sich aus beobachtung ja und so findet man auch den magnetischen norden unserer welt und natürlich auch dann den magnetischen noten als abbild auf dem mond dann haben wir noch eine schöne sache das habe ich mal vor ganz vielen zeiten mal gesehen hat ein bauer da den den mond schatten per temperatur gemessen und auch das mond licht und da hat sich ergeben dass der mond schatten wärmer ist als das mond licht da kann man auch wieder sagen positiv energie die sonne der schatten ist kälter als das licht und beim mond ist es genau umgedreht sehr interessanter faktor kann jeder selbst mal überprüfen natürlich ist hier zu beachten dass man den den mond schatten dort misst wo natürlich länger schatten ist wenn er gerade erst schatten hingekommen ist dann ist der unterschied wahrscheinlich marginal aber das ist zum beispiel ein experiment was jeder zu hause machen kann für ja in seinem garten ja auch nur ein gerät wo er das mist aufschreiben ist ein ganz einfaches experiment kann man gerne nachvollziehen dann kommen wir zu denen ja flugrouten die ja immer etwas seltsam aussehen auf der großen karte die qualität ist jetzt nicht die beste ich habe versucht eine bessere zu finden aber so ein vor flugkarten ist wirklich schwer zu finden zum beispiel warum fliegt keiner von hier nach hier oder von von hier nach hier warum sind das alles immer so seltsame kreisbewegung linien macht nicht so viel viel sinn über land sieht das anders aus aber irgendwie gibt es da einige eines sagen vielleicht wird auch in afrika einfach nie geflogen kann natürlich auch sein aber trotzdem immer diese kreisbewegung anstatt eine gerade linie zu fliegen weil ich habe gelernt der schnellste weg von punkt a zu punkt b ist eine gerade linie wer weiß was da für eine rolle spielt und dann haben wir natürlich auch das problem dass niemand über den sogenannten südpol fliegt warum fliegt keiner von australien oder neuseeland einfach hier rum nach hier oben ist die distanz zu groß keine ahnung man könnte auch sozusagen wenn man das wieder zusammenrollt zu einer kugel von hier über den notpol fliegen aber da fliegt gar nichts lang es gibt ein paar entfernung von hier nach ich glaube hier korrigiert mich wenn ich falsch liege ist kürzer als von hier so zu fliegen ja macht doch sinn aber gut wenn wir jetzt natürlich die flugrouten auf der mondkarte also auf dem abbild der welt einzeichnen dann macht das ganze auch schon wieder viel mehr sinn dann haben wir auch gerade linien die sich ergeben was auch sinn macht weil warum sollte man in dem bogen fliegen wenn eine gerade linie die kürzeste verbindung ist ja so viel zu den flugrouten mehr brauchen dazu glaube auch nicht sagen das bild spricht mehr als 1000 worte deswegen nehme ich so gerne bilder und dann haben wir natürlich die schiffsrouten schiffsrouten sind wir auch wieder hier irgendwie man sieht zwar hier bei den schiffsrouten sieht man zwar gewisse gerade linien aber warum wird hier nicht einfach die verbindung so gemacht warum muss da so gefahren werden und man hat dann auch wieder solche ecken ja um die kontinente herum ja ist halt auch die frage ob sich das lohnt aber die ecken lassen wir mal außen vor wir haben halt viele rundungen wieder keine geraden punkte kann man sich auch wieder gedanken drüber machen wenn man dann die karte nehmen sieht ähnlich aus wie bei den flugkarten dann macht es wieder sinn kurze strecken gerade verbindung ja ja immer zwar auch die ecken um die um die kontinente was auch wieder sinn macht wenn ich könnt ihr theoretisch auch eine kurve machen wäre natürlich dann die die kürzere variante aber um mich zu orientieren ist natürlich so eine ecke bei breiten grad schießt mich tot nach links abbiegen ja wir haben straßenverkehr auch oft so ja sehr interessante karten dann haben wir ja die die war den den mond wie er sich bewegt ja hier sehen wir das als als karte ja also wir können halt schauen wo der mond hervorkommt beziehungsweise wo untergeht mondaufgang mond monduntergang und da sehen wir auch immer diese kreisbewegungen die sich halt auf diese karte einzeichnen lässt und hier hat er natürlich dann wieder einen punkt berechnet na und dann haben wir den den mondhorizont wie weit er halt strahlt und das ist natürlich dann auch wieder zu sehen ja und das limit unserer sicht ist genau dieser dieser kreis der mond strahlt so weit beziehungsweise die sonne letztendlich auch und da ist es fast ein ein kreis ja der ungefähr so großes wie bis zum äquator ja dann haben wir natürlich hier seine mond berechnung noch mit der mit der karte da kann jeder mal selber sich reinlesen es ist relativ einfach gehalten für doch so komplizierte sache er dann wieder die die position berechnet wo der mond aufgeht wo halt untergeht und hat dann auch die die das hier eingetragen reis und set welche zeiten und dann auch welchen graden das ding untergeht immer mit mit einer kleinen toleranz könnte am messen liegen könnte aber auch sein dass das nicht ganz genau diesen graden entspricht gehen wir weiter am text ja dann finden wir ja auch die mondphasen und das lässt sich dann auch berechnen und der mond springt halt zwischen den oder was heißt springt er versetzt sich immer wieder und dadurch haben wir auch die verschiedenen mondaufgänge monduntergänge und so weiter und so fort ja das war die zusammenfassung von buch 1 und buch 2 und auch eine kleine einstieg in das buch 3 ihr seht hier schon es wird komplizierter ich versuche da gar nicht so groß darauf einzugehen sondern es wirklich auf ganz simple weise mit meinen eigenen worten wieder zu geben ich hoffe das passt euch ganz gut wenn ihr natürlich wollt dass ich da ganz genau auf die sachen eingehe dann könnt ihr das gerne in die kommentare schreiben wer wird dann aber so sein dass wahrscheinlich jedes bild ein video verlangt einfach um ja der erklärung von dem griechen in dem buch da auch nachzukommen ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten video